Georg liebt künstliche Intelligenz, vor allem Bildverarbeitung mit KI. Sie ist super für die Industrie und ist so einfach und universell anzuwenden. Doch ihre Arbeitsweise und Ergebnisse sind nicht einfach erklärbar oder nachvollziehbar. Viele haben deshalb noch nicht das nötige Vertrauen in die Technologie. So auch der Chef von Georg. Er hat Angst vor Fehlern, gerade dann, wenn es um Sicherheit geht, zum Beispiel bei Fahrzeugkomponenten. Er wüsste gern, was seine Maschine da macht und entscheidet. Auch befürchtet er hohe Kosten und hohen Zeitaufwand, sodass seine Mitarbeiter dann keine Zeit für andere Dinge mehr haben. Dabei kann es doch ganz einfach sein. Denn bei IDS findet Georg viele Infos zur Bildverarbeitung mit künstlicher Intelligenz und vor allem zum neuen kostenlosen Update für IDS NextOcean. Neue, hilfreiche Werkzeuge wie die Attention Maps veranschaulichen auf einfache Weise, wie die KI in Georgs Kamera arbeitet und Entscheidungen trifft. Daneben hat IDS NextOcean noch weitere überzeugende Features, um die Qualität der Bildverarbeitung zu analysieren und gezielt zu verbessern. Die Kommunikation zwischen IDS Next Kameras und den Anlagenkomponenten ist verschlüsselt für maximale Datensicherheit. KI-Ergebnisse und der aktuelle Workflow-Status können an Tablets oder anderen Netzwerkgeräten mit eigenem Dashboard visualisiert werden. Vorgefertigte Anwendungsbeispiele erleichtern den Start für eigene Projekte. So muss Georg nicht bei Null starten. Georg kann also mit IDS Next seine bisherige Anwendung in kürzester Zeit selbst erweitern und loslegen. Sein Chef ist begeistert und betraut Georg mit neuen KI-Projekten. Seine bekannte Julia ruft an. Sie braucht seine Unterstützung bei einer KI-Anwendung. Interessiert, wie es mit Georg, Julia und IDS NextOcean weitergeht?